Und jetzt ist Rosa Bellmann-Weiler von der Infektiologie der Innsbrucker Klinik bei uns im Wohnzimmer. Guten Abend. Guten Abend. Frau Bellmann-Weiler, Sie waren die erste Ärztin in Österreich, die mit den beiden Corona-Infizierten in Tirol dieses italienische Paar zu tun hatte. Sie haben die beiden behandelt. War Ihnen damals schon klar, dass da etwas wirklich Dramatisches auf uns alle zukommt? Das war mir ehrlich gesagt nicht klar. Also wir waren eher wirklich auf einem Neuland dann. Wir haben dieses Krankheitsbild auch das erste Mal gesehen und haben gelernt. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass wir dann heute zum Beispiel alle mit Masken herumgehen oder in unserem Alltag Masken tragen. Jetzt war Tirol wegen Ischgl weltweit in den negativen Schlagzeilen. Ist da jetzt viel falsch gelaufen, weil man es damals einfach nicht besser gewusst hat oder sind gravierende Fehler passiert? Ich denke, diese Zeit war für alle eine Zeit mit sehr vielen und neuen großen Herausforderungen. Wir haben selber jeden Tag neu dazugelernt. Die Wissenschaft hat gezeigt, was sie kann. Sie hat in kürzester Zeit das Virus sequenziert. Jeden Tag sind neue Publikationen erschienen und erscheinen immer noch neue Publikationen. Wir haben am Patienten intensiv dieses Krankheitsbild kennengelernt. Und wir haben auch das Ganze rundherum, das Meldewesen erst einmal lernen müssen. Und da haben uns Landessanitätsdirektion und die Bezirksverwaltungsbehörden immer auf kurzem Weg und direkt geholfen. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, was sich verändert hat, sind die Patientinnen und Patienten im Vergleich zum März. Was hat sich verändert? Es ist weniger Angst dabei. Im März waren die Patienten noch sehr verängstigt. Man hat nicht gewusst, wie wird die Krankheit bei mir verlaufen, bei wem verläuft sie schwer, überlebe ich das Ganze. Und ich glaube, das hat sich inzwischen ein bisschen gebessert. Man weiß mehr darüber. Man hat Hilfsmittel, mehr Behandlungsmöglichkeiten. Und damit ist auch die Angst, Gott sei Dank, ein bisschen zurückgegangen. Bei der Impfung sind wir derzeit auf einem guten Weg. Es gibt viele, die sagen, ja, wenn die Impfung da ist, dann haben wir unser normales Leben wieder. Wird das wirklich so einfach? Es wird nicht so schnell so sein, bis wirklich breit genug geimpft ist und bis auch alle der Impfung zusagen und die Impfung annehmen, wird noch einige Zeit vergehen. Und wir werden uns noch länger an die Regeln halten müssen, dass wir Abstand halten. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, Corona ist nicht so ein großes Problem. Das ist wie eine Grippe. Wie geht es Ihnen ganz persönlich damit? Ich habe in meinen 30 Berufsjahren noch keine einzige Grippe-Epidemie erlebt, in der es notwendig war, dass mehrere Intensivstationen großteils mit Covid-19 oder mit Grippepatienten eigentlich belegt werden. Und auch Normalstationen belegt sind, mehrere Stationen nur mit Grippepatienten. Das habe ich noch nie gesehen. Und meiner Meinung nach fehlt da einfach Verständnis, Empathie und auch Wertschätzung. Sowohl den Patienten gegenüber, die da eine schwere Erkrankung durchmachen, als auch dem gesamten medizinischen Personal gegenüber, das da durchhalten muss und gehalten hat. Danke, dass Sie durchhalten. Danke, dass Sie da waren. Danke für die Einladung.